Tja Leute, herzlich willkommen zu CO2 GO! Heute mal mit der Chaosruppe unterwegs. Wir haben mit dabei den Commander Chief Lieutenant Nikiav. Moin Sands! Dann haben wir hier noch den Kloputzer Dominik. Moin zusammen! Den Broken Place und natürlich noch die Küchenhilfe, den Michaeli Freshtonet. Ja, also heute haben wir alles sehr hochrangige Leute dabei und ich bin sowieso der Geiste. Ich spiele so seit fünf Jahren, wie ihr seht. Ich bin der Obergeiste CSGO-Spieler. Ihr alle könnt doch was lernen von mir. Und ich würde sagen, los geht's und die erste Frage geht direkt an den Nikiav. Wie geht's deiner Eichel? Mir geht's. Mir geht's. Mir geht's richtig gut. Also du bist eine Eichel, oder wie? Wurden Wund geschrubbt hat. Okay. Wir spielen heute ein bisschen Deathmatch. Haben wir noch nie gemacht. I don't know, wie lange das geht, was das ist. Let's go. Bazaar! Bazaar! Du spielst ja auch das erste Mal mit deinem Leben, ey. Ja, stimmt. Der Michael spielt durchgehend mit seinem Leben, weil er bei uns immer dabei ist. Eben. Der ist riskant hier. Riskant. So nach einer Stunde haben wir schon den Drang, irgendwie Michael auf die Fresse zu geben. Also. Ja. Nur der schon an der Stunde. Aber ist halt kein Mindestlohn. Bei mir nach 10 Minuten übrigens, gell. 10 Minuten? So anmerken. Okay. Ich halte Michael schon länger aus. What the fuck? Geben wir Anti-Terror, oder wo gehen wir rein? Ne, Terror. 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 Warte mal, ist das jetzt Deathmatch, oder ist das jetzt mit Bomben? Terror. Das ist jetzt... Deathmatch. Hoppa! Deathmatch. Ich hab' auch schon fast einen. Nein! Ich bin bei den Terroristen! Autsch. Gibt's denn auch ein Limit? Ah! Ich weiß es nicht. Du willst auch mein Armband ausziehen. Sonst kann ich nicht zocken. Dein Armband? Ja, mein Armband. Was heißt ein Armband? Ach, ist jetzt doch... hä? Das ist doch... Eigentlich gar kein Armband. Das ist für meine Eichel. Für das Blut. Ja. Da kommt immer zu viel Blut drin. Und dann wird das immer größer und größer. Und dann muss ich reinbringen. Oh! Ich dachte, das wäre Deathmatch. Das ist doch irgendwie Team-Deathmatch, oder? Ja, ja. Ist Team-Deathmatch, oder? Das heißt jetzt einfach... Okay. Wir gegen die Welt, Dominik! Bisschen, bisschen Verwürdung, aber sonst ist gut. Du weißt. Oh, ich habe meine Mucke vergessen. Egal, die habe ich dann im Nachhinein rein. Doppelstabendats. Ah, verflucht. Gewehrung. Ich hab'n Kille. Ja, man kann Hühnchen töten. Ich hab'n Hühnchen. Dominik, da bist du! Dominik! Ich bin hinter dir! Wo, wo? Die schießen durch die Wände, die Schweine! Die Schweine schießen durch die Wände! Die schießen durch die Wände! Da ist einer! Komm, den holen wir uns! Ah, komm, komm, komm! Der holen wir uns! Ich komme! Geh vor! Okay! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Das habe ich! Yes! Yes! Da sind die Geisten! Da ist noch einer! Ah! Hinz! Oh! Ah, ich hab' ihn! Der Fluch! Nein! Wieso habe ich jetzt eine andere Waffe wieder? Dominik, ich hab'n jetzt gerettet. Ja, ich hab's gesehen. Vielen, vielen Dank! Bittetön! Wer steht hier so behindert rum? Das bist du nicht? Da bist du schon erzett worden, ey! Ich bin erzett worden! Da spürst du sicher COD! Alter, ich treff' nicht! 56 Alesisch, Alter! Deine Mutter kostet 56 am nächsten Schalter! Pro Stunde vielleicht! Oh! Wow! Also ich bekam gerade einen Headshot in die Fresse, das gibt er gar nicht. Hi! Ich stür mal vor! Pass auf, Michael ist ein Teamkiller! Michael ist immer der Teamkiller! Habt ihr auch eine random Waffe? Ja! Man kann auch mit B kaufen, ja! Ja, aber das ist behindert, du weißt! Nein, das ist nicht behindert, Dominik! Ich hab' bis jetzt irgendwie keinen einzigen getötet! Ehrlich? Dominik! Dominik! Dominik, ich komme! Es kommt! Ja! 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 Du denkst immer so pervers, Mann! Hör mal an! Ja, ne, total, Alter! Der Kind kam gerade und du warst spitze! Ja, manche werden bei Geburten geil, ne? Mhm! Hast du bei deiner Geburt wirklich geil geworden, ja! Da ist der Held ohne Bart! Aber Leute, die haben so gewisse Fetische, ne? Oh, ja! Kopfschuss! Michael! Komm fresh! Hallo! Hallo! Ja, da sind echt noch Bots unterwegs, aber ich wurde gerade von dem Bot gekillt, wie peinlich ist das! Meine Güte! Da ist ein Huhn! Stirb, Huhn! Oh! Du hast das Huhn nicht getötet! Tötet die Hühne! Die müssen sterben! Das sind Terroristen! Oh! Alter, den hab' ich ja weggerotzt, bist du deppert! Ich hab' sie getötet! Wunderbar! Wunderbar! Ich hab' auch das beste Movement auf der Welt! Hinter dir! Michael! Ja! Oh! Boah! Auch hinter mir so'n Russe! Nein! Meine Güte! Ihr seid überhaupt keine Hilfe, muss ich so sagen, ne? Ich steh grad richtig ab, Leute! Richtig! Meine Fresse! Wie kann ich den nicht treffen hier? Mann! Ah! Verfluchte Scheiß, Alter! Da ist ein Huhn! Stirb! Nein! So, Otto-Muss, ne? Wer? Was für'n Muss? Affel-Muss! Du hast Muss im Kopf, Michael! Du hast Muss im Kopf! Du hast Brei in der Birne, Alter! Brei! Ja, klar! Ja, genau! Richtig! Vielen Dank! Alter, ich steh vor dem! Ich baller rein! Ich treff nicht! Also die Leute können irgendwie auch nichts auf dem Server, hab' ich so das Gefühl! Hab'n Huhn getötet! Ich auch! Aber zufällig! Huhn! Krass! Ja, ein Huhn! Ich hab' auch eins getötet! Und ein Bot! Also ein bisschen voll die Hühner-Killer! Nein! Nein! Übrigens, als ich einen Huhn getötet habe, stand im Chat, ich habe einen Feind mit der Tech Niner getötet! Ja! Alter, doch nicht! Was? Das sind Feinde! Ja, natürlich! Oh Mann! Hühner sind gefährlich, das sind Welt-Terroristen, du! Ja, das stimmt! Die sind schlimmer als Adabar! Da, noch im Mund! Töte es! Es rennt, Michael! Michael, da ist es! Snipe ist weg! Es ist tot! Es ist tot, es ist tot! Hab's erledigt! Keine Sorge! Ich hab' dir grad zum Glück gerettet! Wo man noch Interesse bekommen hat, wenn man die Hühner getötet hat, oder? Da spawnt einer! Da ist einer gespawnt! Da ist einer gespawnt! War das geil? Aber Fable auch, oder? Oh du Huhn! Ah, Huhn! In Fable, in Fable hast du das können! Ja, in Fable auch, gell? Au! Komm hier, ne ne gif! Negative! Also ich bin echt der geiste Counter-Strike-Spieler, das muss ich schon sagen! Also, ohne Witz, die ganzen Profis! Die ganzen Profis, die können sich echt verpissen! Du bist ein richtiger Profi hier heute! Nein! Ich war mal in Fisto richtig gut! Ich auch! Also CSG und ich, aber CSG gemeint! Wir sind so brutal, dass wir sogar die Hühner töten! Ja, so brutal bist du! Solche Killer sind wir! Wir spielen ja auch Terroristen, hallo! Vor fünf Jahren war ich mal gut! Ja, ich auch so in etwa! Komm Dominik, du homo uns! Der rennt weg, die Muschi! Oh Mann! Ah! Hinter mir! Oh Mann, du bist dein Homo-Sapiens! Nicht wahr! Könnte auch ein Bot sein! Ja, das war kein Bot! Michael ist ein Bot! Oh! Den hast du getötet, Michael! Also wenn ich in die Eier ziele, mache ich einen Headshot! Jetzt schon wieder! Das ist gut! Alter, wie lange braucht der denn? Das ist Counter-Strike-Logik! Du ziehst in die Eier, haltest drauf und machst einen Headshot! Ja, das ist Counter-Strike! Ne? Das ist cool! Da ist jemand! I like that! You like that shit! I like that! I like that! Boah, der Sniper ist super! Von hinten! Ja, den hat man nicht rein, du schrein! Das ist ein Gegner! Oh nein, das ist nicht freund! Das hat sich gereimt! Ich bin... Hühnchen! Oh! Mann, ich wollte dich noch vom Hühnchen retten! Vom Hühnchen? Jetzt habe ich auch einen Sniper. Ja, Sniper macht Bock! Nein! 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 Alter! Oh! Drei Gegner! Ihr seid eine richtig kranke Truppe, wisst ihr das eigentlich? Oh! Drei Abschüsse! Fuck! Spawn, du Nutte! Boah, ich bin... Nein! Boah! Haben weggesnipet, Alter! Ich bin so geil! Ah! Zwei Gegner! Zwei Gegner! Lauf! Was ist denn noch nicht so? Was ist los mit dir? Oh Mann! Die haben mich rasiert, Dominik! Ne, ich darf dich nur rasieren, ey! Die haben wir rasiert? Ich rasier dich gleich! Ich rasier dich gleich! Michael! Pass auf! Yo! Wo? Ich rette dich! Ich bin gleich tot wegen dir! Alter! Oh! Zu spät, Mann! Du bist mir nichts zu haben! Ja! Dankeschön! Alter, wie ich dich nicht treffe! Ich hab gedacht, der Michael rettet mich oder so! Aber nein, dann lass mich sterben! Du wirst ja wissen, für meine Verhältnisse ist das ein Kompliment! Oh! Stimmt, für deine Verhältnisse ist das wirklich ein Kompliment! Ne, wir werden nicht sagen, dass er das Maul halten soll! Achso! Fuck! Alter! Ich töte ihn einfach nicht! Oh! Rasiert hab ich den! Rasiert hab ich den mit fetter MG, ey! Ja, die MG ist ja auch... Ich weiß halt immer noch nicht, warum ich hier immer wieder andere Waffen bekomme, aber ist irgendwie wurscht! Ich spiel einfach! Ich find's cool! Ganz ehrlich! Macht irgendwie lustig! Macht lustig, macht es! Macht lustig, macht es, gell! Macht lustig, du weißt! Gras macht auch lustig! Nee, Gras macht... Fuck! Ohhhh! Da war jeder, wa? Uah! Huuuuh! Komm vor mir, spinn hier... Ne, das ist schon... Nur ein Bot haben die! So! HUN! 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 Boah! Voll der Endboss! Es rennt weg! Au! HUN! Was? Ne, der Bot! Ich wollt grad sagen! Weißt du, der kam so um die Ecke und hat mich schon irgendwie siegen gehabt, der wusste es! Alter kann ja nicht sein, dass ich immer mit ihm spawner! Komm her, der Muschi! Ich rasier dich! Ah! Alter, ich treff nicht! Ich bin voll der Muschi-Drasierer, wisst ihr das? Ja! Ich bin voll der Muschi-Drasierer! Na, mit den Zähnen mach ich das! Ich wurde vom Bot getötet, Alter! Ja, ich werde auch gleich wieder vom Bot getötet! Wenn die vom Bot getötet so geil sind wir! Da kommen drei Stücke um die Ecke! Wir waren vier! Ja, das war wahrscheinlich genau die gleiche Gruppe! Wie weit geht denn so eine Schrotflinte? Keine Ahnung! Oh, recht recht weit, aber du musst halt hochziehen! Ich sag nicht so weit! Stirb jetzt! Oh, du bist ein Juan! Nee, du bist kein Spanier! Komm nochmal um die Ecke, Alter! Kein Spanier! Komm, die sind alles Spanier! Mexikane, du sein! Mexikane! Mexikaner! Mexikaner! Mit ein bisschen Burrito auf den Hosen! Nein! Mit den dicken Bohnen in deinen Arsch! Nikiav! Gibst mir Mexikanisch! Nikiav! Nee, der schiebt höchstens seinen Schweizer Pimmel in den Arsch! Nein! Nein! Ich würde sagen, ich war wieder mal der Geiste hier! Ganz eindeutig! Alter, ich war der Geilste! 326! Na, ich war der Geilste! Nein, nee, Alter! Ich war der Geilste! Komm mich mal an! Ihr 15.23! Ja, 326! Für wenigstens positiv, ihr Muschis! Mach mal Train! 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 Gut, Leute! Das war eine Runde Counter-Strike-Go! Mit den vier Missgeburten, beziehungsweise drei! Scheiße, jetzt hab ich mich selber gedisst! Vergewaltigt den Like-Button nicht vergessen! Schaut bei den Mixern vorbei! In der Videobeschreibung sind alle verlinkt natürlich! Und ihr habt das letzte Wort, ihr könnt euch jetzt ums letzte Wort streiten einfach! Ficken! Genau! Ficken! Ciao! Ficken!